Wir leben in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung. Neue Technologien kommen schneller, als sich das viele bewusst sind. Das fängt mit der Blockchain-Technologie an, geht über künstliche Intelligenz, führt über Virtual und Augmented Reality bis hin zu Big Data und Cloud Computing. Diese Veränderungen sind bereits heute spürbar und werden es in Zukunft immer mehr sein. Und so solltest du auch dir überlegen, weshalb es bereits heute Sinn macht, dich mit diesem Thema der Digitalisierung zu beschäftigen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, was es dir bringt, wenn du dich jetzt schon damit beschäftigst, welche Vorteile es dir bringt und vor allem, welche Chancen du verpasst, wenn du es nicht machst. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim CryptoPionier. Mein Name ist Nikola, schön, dass du dabei bist. Wie heisst doch dieses alte chinesische Sprichwort so schön? Wenn der Wind der Veränderung bläst, bauen die einen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Zu welcher Gruppe zählst du? Aber zuerst mal Hand aufs Herz. Es ist doch immer das Gleiche. Wenn etwas Neues kommt, stösst das im ersten Moment auf Ablehnung. So geht es auch mir. Denn wir sind nicht darauf ausgelegt, als Menschen immer direkt mit dem Neuen umgehen zu können. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht den Motivationstrainer spielen, sondern dir einfach aufzeigen, welche Chancen es da draussen gibt, wenn du dich bereits heute mit dieser Technologie und mit der Digitalisierung an sich beschäftigst. Denn es gibt bereits zum heutigen Tage unzählige Studien, die aufzeigen, dass viele Jobs, wie wir sie kennen, in Zukunft überflüssig gemacht werden könnten durch die Digitalisierung oder sich drastisch verändern werden. Und bei diesen Jobs handelt es sich oftmals um Jobs, die man im ersten Moment so gar nicht denkt. Und an dieser Stelle gibt es genau zwei Möglichkeiten, die man hat, mit dieser Situation umzugehen. Entweder man begibt sich in das Lager zu denjenigen, die das abstossen und sagen, ja, wir lassen den Hype der Digitalisierung mal rübergehen, das wird sich schon wieder fangen und darauf hoffen, dass die Digitalisierung sich einfach irgendwann in Luft auflöst und man mit seinem Business oder mit seiner Tätigkeit so weitermachen kann wie bisher. Oder die zweite Möglichkeit, man hat ein offenes Mindset und beschäftigt sich bereits heute mit Innovation und Digitalisierung, um möglichst gut gerüstet zu sein, was immer da auch kommen wird. Denn wie es bisher immer war, Veränderung bietet Chancen. Und diese Chancen, wenn du die dir jetzt bereits absteckst und die Vorteile daraus erkennst, dann bist du deinen Mitbewerbern schon ein Schritt voraus. Doch lass mich an dieser Stelle auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern. Bevor ich mich in die Blockchain-Technologie eingeschossen habe und den Crypto-Pionier-Kanal gegründet habe, war ich selbst jahrelang bei einem grossen Pharmaunternehmen in der Abteilung Innovationsmanagement und Standardisierung als Teamleiter tätig. Diese Firma war in der Herstellung von modernen Krebsmedikamenten führend und ich durfte dort durch gesamte Innovationsprojekte für unseren Betrieb steuern, koordinieren und ausrollen. Jedoch ist es oftmals auch so, dass wenn man eben in Firmen arbeitet, dort Strukturen sind, die vorgegeben sind und die Innovation oder komplett out-of-the-box-Thinking eher schwierig machen, weil es dort verschiedene Regulatorien gibt oder Mindset, der dem im Wege steht. Und es ist auch an anderen Orten, wenn ich so mit meiner Peergroup spreche, mit anderen Projektmanagern, mit anderen Führungskräften aus der Industrie, nicht unüblich, dass sich viele Firmen aktuell noch der Innovation querstellen beziehungsweise diese noch nicht wirklich so ausleben, was Innovation ist. Denn oftmals setzen Firmen Innovation gleich kostensparen gleich. Oder Innovation ist etwas, das man schön nach aussen tragen kann und der Welt sein kann. Schau, wir beschäftigen uns auch mit Innovation. Und so staunt es natürlich auch nicht, dass bei vielen dieses Thema noch überhaupt nicht angekommen ist, Digitalisierung und Innovation. Aber weshalb ist das eigentlich so? Grundsätzlich gibt es dort mehrere Gründe, weshalb Firmen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so weit sind, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Grund Nummer 1. Mangelndes Bewusstsein. Es ist oftmals so, dass sich viele Leute oder viele Firmen, Führungskräfte noch gar nicht bewusst sind, dass dieses Thema so einen massiven Einfluss auf die Zukunft, auf ihr bestehendes Geschäftsmodell haben wird oder dem Ganzen einfach im Tagesgeschäft gar nicht erst die Wichtigkeit beigemessen wird, die es eigentlich hat. Und dadurch die Gefahr besteht, dass man eben genau diesen Trend verpasst und plötzlich abgehängt wird. Zudem ist ein weiterer Punkt oftmals die kulturellen Barrieren in einem Unternehmen. Denn oftmals steht und fällt das Innovations- und Digitalisierungsmanagement mit der vorherrschenden Kultur. Wie ist die Kultur in dem Unternehmen? Ist dieses Unternehmen offen für Neues oder hält dieses Unternehmen an einem System fest, an einem Geschäftsmodell, an einer Philosophie, die vielleicht sehr starr und rigide ist und eigentlich gar nicht wirklich Platz für Neues zulässt? Und das ist etwas, mit dem kämpfen viele Unternehmen. Und ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, weshalb das oft verpasst wird, ist der Investitionsbedarf. Denn was man auch nicht vergessen darf, Digitalisierung ist im ersten Moment nicht billig. Vor allem, wenn man noch gar nicht digital unterwegs ist und vielleicht auch noch eine veraltete Infrastruktur hat, setzt das oftmals voraus, dass man zuerst investieren muss, bevor man überhaupt etwas erhält. Das setzt voraus, dass man genügend auch finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um eben genau dort anzusetzen und eben zum Beispiel ein neues System anzuschaffen, die entsprechenden Leute auszubilden und, und, und. Und ein weiterer Punkt, den ich schon aus eigener Erfahrung bei unzähligen Firmen gesehen habe, Sicherheitsbedenken. Viele Firmen sind sich im ersten Moment nicht ganz sicher, ob dieses Digitale und alles online und so weiter, was oftmals über einen Kamm geschehen wird, wirklich sicher ist. Was, wenn zum Beispiel jemand das IT-System hackt und zum Beispiel sensible Kundendaten nach aussen gehen oder Prozedere es, wie etwas hergestellt wird. Intellectual Property, also quasi geistiges Eigentum, wie verhält es sich mit dem, wenn das plötzlich digital zur Verfügung ist. Und dieser Punkt ist auch so etwas, wo vielmals Ängste vorherrschen oder Unwissen, dass Firmen diesen Trend verpassen, weil sie einfach sagen, nö, machen wir nicht mit, das wird sich sicher irgendwann von selbst erledigen. Und wenn wir das alles schon so zusammen haben, führt uns das eigentlich so wirklich auch zu einem Punkt, der die vorderen Punkte ein bisschen zusammenfügt. Denn oftmals herrscht auch Mangel an Fachwissen vor. Denn wie es so oft ist, wenn etwas komplett Neues ist, und das sieht man zum Beispiel bei der Blockchain-Technologie oftmals, ist es so, dass zwar alle darüber reden, aber niemand wirklich sagen kann, was es bringt, oder die wenigsten wirklich sagen können, was es bringt, wie es funktioniert, und dort entsprechend die Fachkräfte rar sind. Und Firmen oftmals auch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und ich kann dort aus eigener Erfahrung sprechen, als ich damals selbst ein Innovationsprojekt geführt habe, die Digitalisierung von Herstellungsprotokollen, war es im ersten Moment sehr, sehr schwierig, überhaupt Firmen zu finden, die Kenntnisse darauf haben. Und wie das so ist, diese Fachkenntnisse, diese Spezialisten, die fehlen momentan noch, weil sich dort eine grosse, breite Industrie entwickelt. Und genau an dieser Stelle möchte ich dir da draussen die Augen öffnen und sagen, wenn du jetzt schon diesen Punkt für dich erkennst, dann kann das eine riesige Chance sein, aber später mehr dazu. Denn zuerst möchte ich dir nämlich zeigen, weshalb es so wichtig ist, dass man eben genau die Digitalisierung nicht verpasst als Unternehmen. Denn an erster Stelle steht die Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen, die nicht mit der Digitalisierung oder mit der Technologie mitgehen, die kommen unter Umständen eines Tages zur Erkenntnis, dass das bestehende Geschäftsmodell veraltet ist, beziehungsweise vielleicht durch neuere Geschäftsmodelle, durch neuere Produkte ersetzt wird und im schlimmsten Fall dies ein Aus für das Unternehmen selbst bedeuten kann. Dann auch Kundenbedürfnisse, wenn wir schon von Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Wenn du einen Kunde hast, der gerne digital unterwegs sein muss, der gerne dir per Mail digital online Sachen zusenden möchte und du verlangst von diesen Leuten Fax oder sonstige Briefe per Post oder wie die Technologie auch immer sein mag in diesem Unternehmen, kann das auch sein, dass diese Kunden sagen, nö, darauf habe ich erst recht keinen Bock, ich will einen Kunden oder beziehungsweise ich will einen Anbieter, der meine Bedürfnisse befriedigt. Und das ist ein Punkt, den unterschätzen ebenfalls viele. Und was man auch nicht unterschätzen darf, klar, am Anfang der Digitalisierung braucht es eine initiale Aufgabe, braucht es ein initiales Kapital, aber die Effizienzsteigerung, die ist massiv grösser, wenn sich eine Firma wirklich dazu entscheidet, diesen Weg richtig zu gehen und von Anfang an alles richtig aufsetzt. Denn Effizienz ist im heutigen globalen Umfeld sehr wichtig, gerade hier im Westen, wo wir doch eher hochpreisig unterwegs sind, was Lohnkosten und dergleichen anbelangt. Und ein weiterer Punkt ist natürlich das Innovationspotenzial. Man darf nie vergessen, aus Innovation entsteht Innovation. Wenn mal das Mindset reingeholt wurde, die Leute erkennen, dass durch eine Innovation etwas besser, schneller wird, wird oftmals eine ganze Kette von Abfolgen in Bewegung gesetzt, die eine weitere und weitere Verbesserung ermöglichen kann. Und dadurch eigentlich auch neue Ideen, neue Gedanken, neue brauchbare Konzepte plötzlich machbar oder realisierbar machen lassen. Und der letzte Punkt, der Arbeitsplatz der Zukunft. Als Unternehmen, die entsprechend digital sind, das kennt man ja selbst, ist es ja so, dass man dort gerne arbeitet, dass die Spezialisten gerne zu einem kommen. Denn wenn man zum Beispiel, nehmen wir das beste Beispiel seit der Pandemie, Homeoffice. Für manche ein Fluch, für manche ein Segen. Aber ich persönlich bevorzuge so eine hybride Form, wenn ich einerseits auswählen kann, von wo aus ich für eine Firma arbeiten kann, vor allem, wenn man eben im Dienstleistungssektor ist, wo man jetzt nicht vor Ort physisch etwas bedienen muss. Und dort ist ebenfalls die Chance, wenn man das natürlich auch richtig umsetzt, dass man dort auch den Vorteil hat, zukünftige Leute, Fachpersonal zu holen und zu binden. Und was man auch dazu sagen muss, es ist leider einfach so, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, alles, was sich nicht weiterentwickelt und alles, was stehen bleibt, wird auf kurz oder lang auf dem Friedhof der Geschichte landen. Jetzt habe ich so viel mal Digitalisierung und Innovation erwähnt, aber jetzt fragst du dich da draussen sicher auch, ja, aber was ist denn Digitalisierung? Kann man das fassen? Ist das eine Technologie? Und an dieser Stelle kann ich dir sagen, ja, Digitalisierung ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Schlüsseltechnologien, die nicht abschliessend sind. Hier vielleicht mal so die häufigsten aufgezählt. Und an dieser Stelle ist es auch wichtig zu verstehen, dass man zwischen Hype und effektiver Anwendung, beziehungsweise dem aktuellen Stand der Technologie spricht. Bestes Beispiel, künstliche Intelligenz ist momentan ein stark gehyptes Thema, aber nichtsdestotrotz hat die künstliche Intelligenz ein riesen innovatives Potenzial, das Ganze zu revolutionieren. Und eine weitere Schlüsseltechnologie ist das Internet of Things, also das Internet der Dinge. Auch das ist momentan der Hype ist ein bisschen durch, aber da entwickeln sich langsam Konzepte, wo es eigentlich darum geht, verschiedene Maschinen so zu konzipieren, dass diese unabhängig miteinander kommunizieren können und ihre Bedürfnisse mitteilen können, im Sinn von zum Beispiel das klassische, der Kühlschrank, der selbst die Milch nachbestellt, wenn diese zu Ende geht. Aber das kann man natürlich auch auf die Industrie multiplizieren. Dann auch das ganze Cloud Computing, was mittlerweile eigentlich auch schon ein guter Standard ist in der Digitalisierung. Früher war Cloud Computing auch so etwas, niemand versteht die Cloud, aber heutzutage gehört das eigentlich zum Businessmodell eines modernen Unternehmens dazu, also dass gewisse Daten auf Cloud-Servern ausgelagert sind und nicht mehr die ganze Infrastruktur in der Firma ist. Und ein weiterer Punkt, wo auch ich sehr stark involviert bin, ist die Blockchain-Technologie, die Anwendung dieser Technologie. Hier entwickelt sich gerade auch ein riesengrosser Sektor, den die wenigsten noch auf dem Schirm haben, weit über die Spekulationen mit Kryptowährungen hinaus. Dann das ganze Augmented und Virtual Reality. Also ich rede hier nicht von Spielen im Metaverse oder irgendwelchen 3D-Shootern. Nein, sondern auch Augmented Reality. Bestes Beispiel, die Kampfjet-Piloten der US Air Force haben das bereits, wo im Helmvisier direkt schon gewisse Ziele und Informationen integriert sind, die den Piloten während des Trainings oder während des Fluges des Kampfeinsatzes unterstützen können. Und das sind alles so Beispiele. Da gibt es natürlich noch mehr Technologien, die wirklich einen Impact auf die Technologie und auf die Wirtschaftsmodelle von morgen haben werden. Und diese Beispiele, das sind nur angeschnitten, an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es noch deutlich mehr, die den Rahmen dieses Videos auch sprengen würden. Aber wieso zähle ich dir das Ganze und wieso habe ich mich jetzt so darauf beschäftigt von wegen Unternehmen und die Wirtschaft von morgen? Genau aus dem Punkt, dass du dir vielleicht mal auch Gedanken machst, vor allem wenn du noch nicht gerade kurz vor der Rente stehst, wohin verschlägt es dich? Willst du die nächsten 30 oder 40 Jahre wirklich deinem Job nachgehen, den du jetzt machst, in einer Firma, die vielleicht das Innovationspotenzial komplett verschläft und vielleicht in 5 bis 10 Jahren gar nicht mehr existiert? Oder willst du dich bereits heute schon mit der Technologie von morgen befassen, dir Ideen, Denkanstösse, Projekte näher bringen lassen und vielleicht dich auch damit beschäftigen, damit du in der Welt von morgen die Fachperson bist, die gesucht wird? Wenn du das jetzt mit einem klaren Ja beantwortest, dann ist es jetzt absolut wichtig, dass du dir die folgenden Punkte merkst. Und zwar fängt das eigentlich schon mit dem Mindset an. Denn Mindset ist alles und zwar das sogenannte lebenslange Lernen, das Lifelong Learning. Wir leben in einer so kurzlebigen und schnellen Zeit und das, was heute ist, kann morgen schon nicht mehr sein beziehungsweise nicht mehr aktuell sein. Und darum ist es wichtig, Augen und Ohren geöffnet zu haben und auch nie mit dem Lernen aufzuhören und immer wieder, wenn was Neues kommt, sich mit dem auch auseinanderzusetzen. Dann ein Punkt, den haben wir leider in der Schule nicht wirklich gelernt. Netzwerken und Zusammenarbeit. Es ist so, dass wir als Individuen ein bisschen beschränkt sein können, wenn es darum geht, Informationen zu kriegen. Darum, wenn du dich vor allem so in ein neuartiges Thema reinarbeitest oder reindenkst, geh auf die Communities zu, vor allem im Blockchain-Bereich. Es gibt so viele tolle Communities, Entwickler, Programmierer, die dich auch mit offenen Armen empfangen. Es gibt Online-Tutorials. Die Materialien sind da. Man muss einfach wirklich aber auch den Mut haben, eben sich zu öffnen, zusammenzuarbeiten und in eine Community mit einzusteigen. Und ich meine das nicht in eine Community im Sinn von einer Religionsgemeinschaft artigen Community, sondern wirklich im Sinn von Gleichgesinnte finden, die ebenfalls dieses Ziel verbindet. Dann, eine weitere Grundlage ist Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Man darf einfach nicht in das Muster der Komfortzone verfallen, wo alles flauschig und schön ist. Man muss sich da manchmal auch rauspushen. Man muss auch flexibel sein. Denn wenn man flexibel ist, wird es auch schnell so sein, dass wenn eine Veränderung kommt, die im ersten Moment bedrohlich wirkt, man plötzlich auch Chancen darin erkennt. Und diese Art von Mindset ist massiv wichtig. Wenn du den mitbringst, dann hast du das schon die halbe Miete. Aber die andere Hälfte der Miete ist natürlich das, dass du aktiv dir Fachwissen beibringst. Also kurz gesagt, der Erwerb der digitalen Fähigkeiten. Was heisst das? Dass du dich mit der Materie auseinandersetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Blockchain-Sektor sind, dass du weisst, was ist eine Blockchain, wie funktioniert eine Blockchain, wie verhält es sich mit der Kryptografie. Und nicht, welcher Coin wird morgen das hundertfach an Wert haben, sondern wirklich mit den Basics der Materie. Oder dass du lernst, was ist ein Quellcode, wie geht Programmieren, solche Dinge. Dass du, du musst nicht ein Spezialist werden, aber dass du doch, sagen wir mal, in die Tiefe tauchst, um dir die Fachbegriffe, die Fachkenntnis ein bisschen anzueignen. Und auch dort ist es so, dass es heutzutage nicht ein fünfjähriges Studium sein wird. Es gibt viele spezifische Kurse, die online frei verfügbar sind. Und wenn es um den Bereich Blockchain geht, dann lass mich dich doch auf diesem Weg begleiten. Denn der Crypto-Pionier-Kanal bietet dir eben genau Grundlagen zur Blockchain-Technologie, spannende Projekte, Interviews mit Experten aus der Blockchain-Industrie, die weit über die Anwendung von Kryptowährungen und die Spekulation mit dergleichen hinausgehen. Denn ich selbst bin davon überzeugt, dass die Blockchain ebenfalls ein elementarer Bestandteil der Digitalisierung der Geschäftsmodelle von morgen sein wird. Und darum es wichtig ist, sich bereits heute damit zu befassen, damit man bereit ist. Und wenn auch dich diese Punkte interessieren, dann lass mir doch jetzt noch ein Abo da, drück die Glocke, um auch in Zukunft keine Videos, Beiträge und Interviews mehr zu verpassen. Und schau dir auch noch diese Videos an. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Erfolg und bleib neugierig.